Herzlich willkommen an der Berufsbildendenschule Donnersbergkreis. An unserer Schule gibt es vielfältige Möglichkeiten für euch. Eine davon ist das berufliche Gymnasium Wirtschaft. Das berufliche Gymnasium in Eisenberg, das es seit 1995 gibt, führt wie jedes andere Gymnasium auch zur allgemeinen Hochschulreihebung, dem Abitur. Es beginnt in Klassenstufe 11 und endet in Klassenstufe 13 mit der Abiturprüfung. Es ist somit für alle interessant, die über einen qualifizierten Sekundarabschluss 1 verfügen, sprich den Realschulabschluss haben und sich überlegen weiterzumachen bis zum Abitur. Die Besonderheiten des beruflichen Gymnasiums liegen darin, dass Schüler nicht nur allgemeinbildende Fächer belegen können, sondern auch berufsbezogene Fächer. Unter anderem sind diesen Eisenberg, Betriebswirtschaftslehre und Informationsverarbeitung. Hier habt ihr die Möglichkeit, den Kurs BWL bilingual zu belegen. Das heißt, ihr bekommt BWL auf Englisch beigebracht. Selbstverständlich muss BWL nicht bilingual belegt werden, sondern kann auch in deutscher Sprache gewählt werden. Zusätzlich dazu habt ihr die Möglichkeit, das EBBD, das Europäische Wirtschaftsabitur, zu erlangen. Hierfür müsst ihr den bilingualen BWL-Leistungskurs belegen und ein vierwöchiges Auslandspraktikum absolvieren. Passend dazu ist unsere Schule Europaschule und nimmt regelmäßig an unterschiedlichen europäischen Projekten teil. Für Informatik begeisterte Schülerinnen und Schüler bieten wir jedes Jahr den Leistungskurs Informationsverarbeitung an, indem wir uns unter anderem mit Programmierung, Netzwerken, Digitaltechnik oder Datenbanken beschäftigen. Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Hochschule Worms, bei der unsere Schülerinnen und Schüler Vorlesungen besuchen können und so erste Eindrücke in ein späteres Studium bekommen können. Wenn ihr sportlich aktiv seid und ein vielseitiges Interesse rund um das Thema Sport mitbringt, dann bieten wir an unserer Schule die Möglichkeit, einen Sportleistungskurs zu wählen. Ein Vorteil ist auch, dass wir hier fußläufig alle Sportstätten erreichen können und neben den klassischen Sportdisziplinen noch weitere Trendsportarten erproben. Wir freuen uns darauf, wenn zahlreiche Bewerbungen kommen, damit ein Sportleistungskurs wieder stattfinden kann. Wir bieten im Laufe der Oberstufe mehrtägige Fahrten wie beispielsweise Methodentage oder eine Skifreizeit an. Zudem führen wir regelmäßig Betriebsbesichtigungen durch. In diesem besonderen Fächerangebot des beruflichen Gymnasiums liegt auch die Stärke des beruflichen Gymnasiums und der enorme Vorteil gegenüber anderen Schulen, da hier schon frühzeitig Schüler mit digitalen Themen und ökonomischen Sachverhalten sich auseinandersetzen müssen. Eine ganze Menge weitere Informationen über das berufliche Gymnasium findet ihr auf unserer Homepage. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr uns natürlich auch direkt erreichen. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch im nächsten Jahr für uns entscheidet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017